Ich kann mich im Schneegebiet liegen für dich. Wo ist der Typ denn hier angeschafft? Liegt der ein von euch in der Kustyperberg? Ich bin fast am Norden. Neu, ich komme, Rambi. Der ist im zweiten Stand und guckt nicht in den Namen. Ja, 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 ja. Ja. Herr Goethe, du wirst dich nicht uploaden können. Wir snipen das komplett ab. Ich hab's grad versucht. Alles gut. Oh, aus dem Osten. Auf den Schuss einfliegen sind. Das ist ja richtig seltsch. Bei den Halb-Rund-Hallen-Osten. Ich bin immer noch am Zaun hin. Ja, auf dem Weg her von der Halb-Rund. Ich weiß, mit wem ihr euch fettet. Ja. Nichts schlimm. Mhm. Einer läuft auf der Halb-Rund. Süden. Das ist keiner von euch schon. Farak oder so. Okay. Penis! In deinen Arsch. Nice. Für Nice-Shot-Sitzen. Mit einer Waffen-Zettbestell. Hier liegt noch eine komplette M1. Die Generate kommt. Willst du hier haben wir die? Nee, nee, nee. Perfekt. Da sieht man, wer die Goal hat hier. Bei so einer Mahl-Zug, wo wir uns dabei haben. Bei so einer Mahl-Zug, wo er sich über diese Person anbauen hat... So ein Ding ist das... Wir haben kaum die Wunscherruhe hier. Das ist aber schon schwierig, bis du überhaupt bekommst, ne? Ja, irgendwas ist krank, ich habe auch zweimal jetzt ein Fett. Das ist wieder Fett, sagt man jemanden, guck es nicht. Klatsch! Oh! Ja! Soll sich verpfirsten, das ist jetzt unser Bums. Ich sag's dir, wie so ist mit dir, reines Selbstmord. Lass da reinpushen, Digga. Und in einer Minute ist Restart und dann stehen wir da drin, loggen uns zuerst ein. Ich glaube gar nicht, dass wir so weit reinkommen. Neben dir, rechts. Ja, ja, ja. Ja, wo ist er hingeleckt? Ja, wo ist er hingeleckt? So gut, Pro Minus. Verzog der, oder was? Ich bin so gut wie tot, Digga. Ah, ich habe Spritze, ich habe Spritze, alles gut. Geht's nicht hoch. Hier geht der Bombs hoch. Verschlossen. Egal, Digga. Ich shim mich hier hin. Ich bin halb tot. Die hatten doch Waffen, Digga. Ich brauche noch eine Waffe. Mit mehr Munition. Hier, hier die AK von Al-Songers. Da kommt noch was, glaube ich. Ich habe den Ryzen 5800X 3D. Ich bin tot. Einer ist drin, Digga. Auf der anderen Seite von der Mauer, wo wir dran stehen. Minus. Good job, good job. Hier geht's auch noch weiter hoch. Ah, hier ist offen, Digga. Hier ist offen. Komm, komm. Hier sind drei Waffen noch. Sollen wir rein, Digga? Ja komm, jala. Ich werde immer aus der Tür auf den Fliegs. Ah, Minus. Fliegs. Keine Muni mehr. Die AK ist auch leer, die ich aufgehoben habe. Alles leer. Digga, hier kommt rein. Ja, ich habe keine Waffe, Digga. Oh, oh, oh. Das ist alles leer. Er ist noch verschlossen. Digga, lass mich hier warten. Wack, na minus. Oh, restart. Oh, oh. Alter, die ganzen Waffen, die ich da aufhebe, haben keine Macs. Ich habe hier nicht die Treppe hochlaufen sehen. Ne, ne, der ist unter mir. Da, wo du hinlamst, müsste er links kommen. Mhm. Da kommen wir uns weiter. Ah, ist schon getrommelt worden, ne? Ja, Mann. Wir haben Freunde, die uns auch beim Helfen, äh, beim Deppen helfen. Ich bin bei der Stadion. Hä? Du bist tot? Ja, ich wurde irgendwie durch die Wand erschossen oder so. Keine Ahnung. Ich glaube von oben, Willi. Geh. 10 minus. Oh, oh. Okay, Humans. Treibt sich jetzt so hinter dir. Im Böckigen. Ja. 10 minus. Er hat dich gemacht. Felschi. Minus, ach. Hi. Schaut's auf mich? Apokalypto minus. Zwei Leute schießen auf mich. Ich komme. Scheißzombie, fuck bloß, ja. Trosche mich schon. Komme, komme, komme. Ich habe eine Ladehemmung. Zischen Minus. Hier ist noch einer. Brennt hoch zu dir, sie sind. Kreon Minus. Ich brauche eine Spritze, Digga. Ich habe keine. Ja, Mann, perfekt. Ein Bambi. Kreoni Minus. Geh rein. Nix Minus, wir sind drin, Jungs. Tür bleibt zu. Vielleicht ist oben schon geklappt, weil Center war. Ne, so. Hier, unser Lego von hinten. Komm. Ah. Lego muss zuerst. Hier, jetzt kontrolliert er eine Mecke unter uns, ne? Komm. Aufstehen, aufstehen. Ja, 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 ich bin drin. Ja, nice. Perfekt. Unten ist einer. Die Klappe nach. Direkt unter uns gerade gewesen. Ja. Da würde ich stehen. Warte. Oh mein Gott, es geht hier noch weiter her. Noch weiter her. Du musst auch nur oben ankommen, dann hast du dir das gewonnen hier. Dann steht nichts von Lockpicken. Oh, ich soll jetzt aufpassen hier oben. Schöp mal nicht gerade. Ja, sorry. Ah, guck mal, hier ist sie nicht. Geil. Ja, ich soll jetzt aufpassen. Bis zum nächsten Mal.